Willkommen bei ProfiSnap.de von meinem Freund Thomas Machalke, Tommy M. Hier die Garnitur Guernsey in einem super Vintage-Leder Matador Dunkelbraut. Was ganz Besonderes im New Romance Look. Romantische Formgebung, zwei Sofas, die folgende Maße haben. Das große, das steht hier hochkant, 2,28 m und das kleine 1,90 m. Sie haben hier ein ganz tolles Leder, nämlich das Leder Matador. Das ist ein Rins-Nappa-Leder, durchgefärbt mit Heißwachs versehen als Finish. Und damit hat es so eine melierte, also eine zweifarbige Struktur. Glattleder, sehr strapazierfähig und einen unheimlich weichen, seifigen Griff. Man sitzt hier richtig gerne drin. Die Garnitur ist klasse zum Sitzen, auch für Leute, die es etwas bequem haben wollen. Nicht zu weich, nicht zu fest. Die Rücken sind abnehmbar. Mit diesem Ziehband kann man sie auch fixieren. Auch der Sitz, der Klettverschluss festgemacht. Damit können Sie ihn wegnehmen, zum Saubermachen. Sie haben schöne Holzfüße, die hier so den Schwung aufnehmen und die Armlehne quasi weiterführen. Sie haben zwei Solisten, die für wirklich eine bockstarke Optik bei Ihnen sorgen. Sie haben einen super Preis, weil dieses Stück ein Messestück ist, der jetzt auf der Messe ausgestellt wurde. Wir hatten auch noch einen Sessel, den haben wir aber inzwischen verkauft. Matador, zwei Sofas zum Schnäppchenpreis. Das wäre doch was für Sie, oder? Matador heißt das Leder. Guernsey, die Gruppe. Schnappen Sie zu. Und Tschüss. 書ns noch. Schnappen Sie zu.